Hallo und herzlich willkommen auf GutscheinRausch.de. Heute zeigen wir euch die mobile Anwendung von Lewis Hotel. Mit dieser ist es ganz einfach möglich, Informationen zum Hotel zu bekommen und auch zu München. Und wir beginnen jetzt einfach mal hier ganz oben. Da gibt es gleich einen Begrüßungstext mit einigen Infos. Es gibt dann hier Buchung und Kontakt, die Hotelanschrift, Anfahrt über. Dort gibt es auch ein Buchungstool integriert. Dann kann man auf Zimmer und Preise ganz einfach zurückgreifen. Das ist natürlich besonders interessant, falls man noch auf der Suche ist nach einem entsprechenden Zimmer. Dort werden dann auch immer die Größen angezeigt, zum Beispiel hier 38 Quadratmeter und hier gibt es dann auch die variierten Preise. Da muss man natürlich immer mal schauen, wann genau man dorthin geht. Entsprechend verändern sich natürlich auch die Preise. Es gibt neben den Zimmern natürlich auch Informationen zum Restaurant und zur Bar. Zur Lage und Anfahrt kann man sich auch Informationen einholen, hier mit Flugzeug, Auto oder Zug. Das finde ich sehr gut, da dort eigentlich an alle Reisenden gedacht wird. Das sind so die drei gängigsten, wie man kommen kann. Und das ist natürlich schön, dass es hier immer noch mal einzelne Beschreibungstexte gibt, falls man sich in München überhaupt gar nicht auskennt. Obligatorisch für Hotelanwendungen gibt es dann auch noch Meetings und Veranstaltungen, Sauna und Fitness. Und jetzt gehen wir mal in den nächsten Tab hinein, denn City und Walks ist natürlich auch interessant. Das ist natürlich gerade auf München jetzt bezogen. Also zum Beispiel hier die Maximilianstraße ist ja die Luxuseinkaufsstraße, wo man sich hier auch erstmal Informationen einholen kann. Dort kann man sich einfach mal durchscoren und bekommt hier dann allerlei Infos. Unten auch die einzelnen Einrichtungen bzw. die einzelnen Shops wie Prada, Wempe. Also die richtig großen Namen gibt es dort auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch die weiteren Plätze und Märkte noch angezeigt. Die bekanntesten, das Rathaus ist natürlich auch interessant. Und das ist dann auch so der Bereich City und Walks. Es gibt auch Kultur und Leben, also Stadt und Tracht, Kunst auf dem Kopf ist mit dabei. Und dort gibt es dann auch noch einige Bereiche, die man sich auf jeden Fall mal gut angucken kann. Es wird also nicht eine reine Hotelanwendung geboten, sondern auch Informationen zur City dahinter. Und das ist wirklich vorbildlich und hebt sich von der großen Masse von Hotelanwendungen ab. Es gibt dann im Bereich Adressen noch ein Verzeichnis, zum Beispiel im Bereich Einkaufen, Theater, Oper, Konzerte. Also egal, was man machen möchte, man muss gar nicht bei der Rezeption anrufen. Man kann hier noch viel schneller als der Anruf bei der Rezeption ganz einfach diese Informationen bekommen. Und das ist die Anbindung von Louis Hotel in München. Wir können sie euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr habt hier gesehen, wie gut sie aufgebaut ist. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.